Ja, hallo liebe Werder-Fans und willkommen zum Wiesenhof-Expertentipp. Ich tippe heute den 28. Spieltag für euch und dann fangen wir gleich mal an. Ja, Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Ich denke, die sind überragend drauf, die Bayern. Das wird ein eindeutiges 3 zu 0. Dann das nächste Spiel, Leverkusen gegen Wolfsburg. Ich glaube, das wird schon eine bisschen engere Kiste. Da tippe ich mal ein 1 zu 1. Gladbach gegen Berlin, glaube ich, auch ein ziemlich enges Spiel. Beide Mannschaften ganz gut drauf, besonders Berlin in den letzten Spielen. Da glaube ich aber trotzdem, dass Gladbach, gerade weil sie sehr heimstark sind, das Ding machen. 2 zu 1 für Gladbach. Ja, Hannover gegen Hamburg, obwohl Hannover, glaube ich, ziemlich abgeschlagen ist. Und das war es eigentlich für die, denke ich. Erweisen sie uns hier nochmal einen guten Dienst und schlagen die Hamburger mit 2 zu 0. Ja, dann zu Hoffenheim, Köln. Da glaube ich, obwohl Hoffenheim gut drauf ist, wird es ein guter Spieltag für uns. Und die Kölner nehmen da noch einen Punkt mit in Hoffenheim. Ja, Mainz haben wir jetzt gerade unentschieden gegen gespielt. Die waren ja auch nicht so schlecht und die werden Augsburg auf jeden Fall besiegen mit 2 zu 1. Dann das nächste Spiel, Ingolstadt gegen Schalke. Ja, Ingolstadt haben wir selber gemerkt, eine ziemlich eklige Truppe. Da wird sich Schalke auch schwer tun, denke ich. Ja, das wird auch ein Unentschieden, sage ich. Auch ein 1 zu 1, gerade bei dem Spiel mit Ingolstädter Beteiligung wenige Tore fallen. Da haben wir das letzte ausgenommen. Darmstadt gegen Stuttgart. Ja, da hoffe ich einfach auch, dass Stuttgart gewinnt. Deshalb tippe ich auch mal auf die Stuttgarter, weil es ja auch uns einfach entgegenkommt auf ein 2 zu 1 für Stuttgart. Ja, und dann unser Spiel in Dortmund. Ich denke einfach, wir sollten dran glauben, da was zu holen. Und ich glaube auch fest dran. Und dazu wird es auch noch das erste zu Null-Spiel. Da sage ich 1 zu 0 für uns. Ich glaube, dann wären wir mit dem Spieltag alle ziemlich zufrieden. Und ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei, gegen mich anzutreten oder auch mitzutippen. Und ja, ich denke, wenn es so wie bei mir aussieht dann am Ende, dann wird es ein guter Spieltag werden für uns alle.